Also Kippe ist denn echt die, äh, die Stefan und die Echte, die haben was gegangen. Ja? Die Tür wird dann voll Schluss. Ah, ja. Der ist mir das erste Mal eingerein. Nee, der ist wahrscheinlich die ganze Zeit runtergesprungen wieder oder so. Er hat gesagt, drei Setzt mal die, bloß. Kippe! So, Stefan habe ich auch einfach Kippe, weil das ist okay. Also, ich ist auch immer wieder vorne. Wie immer halt. Genau. Weil die mache ich eh nicht in deinem Hall. Was? Ja, okay. Davor, wir sind ja schon. Der legen eh davor erst die ganzen Granaten. Nein, davor, weil da steckt man in der Mehl halt. Deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Er schafft es immer wieder. Weil er es nicht macht. Ja, ja. Dann kann ich wenigstens in der Mehl mal kennen. Da muss ich doch mal. Da steht keiner davor. Da steht einer. Nein. Nein. Der sieht dich nicht. Da fällt drauf, was sie fix. Jetzt. Schauen wir mal, was ich dieses Mal schocken habe. Ich bin ja der da. Fünf, zwei, eins. Gut. Also, Glaskonstruktion offen. Da kommt er auch. Da ist unten der Männle. Die würde wahrscheinlich jetzt wieder wissen, dass ich umgehe. địisch probiere sie noch nicht. Du bist klager und vermischt. Du bist ja der Männle. Das ist ja der Männle. Ja, das ist ja der Männle. Gerhard! Da kommt er. Der Männle. Canate. Ich geh hoch, ey. Ich geh jetzt mal schau. Oh! Da ist ruhig anlohne. Ja, hallo. Da ist er. wir haben eine andere Richtung Ja, ich hätte Atmen Ja, okay, aber du bist, dass ich da komm Also, ganz schön Arschkrieg Dann muss uns ganz schön Arschkrieg Alles wieder vergessen, oben ist noch, äh, wenns eine Gäste Linie Aber, eigentlich recht, also, woher ist sowas Unzimmig Ich geh einfach nur mal da Du bist ein duroer Vorgänger So Die Scheiße ist ja unkomplett Aber du weißt, dass jetzt noch ein Opfer Ach, das hast du noch nicht abgemacht Ja, ich mach gleich Das kann ich ja eigentlich elscherissen, oder? Nein, das kann ich ja elscherissen Du weißt, dass du jetzt von mir jetzt amscherissen Amscherissen kann man ja auch Natürlich Mach mal bitte schnell Drei, zwei, eins Aber was ist das eigentlich? Achso, das geht ja auch Ich weiß nicht, was das ist Das kann man aber schon oben Ah, das ist Ich weiß nicht, was der ist, oder? Wo bist du? Oben, oder? Ja, ich bin oben Ich bin oben Habe ich Garten unten schon? Nö Ah stimmt, ich bin jetzt alleine fertig gelunden Erstmal hier Dreckiges Ah, na, oben hab ich fast fertig gehabt, kommt's. Wer weiß einer? Ist einer da oder? Er ist draußen, nebenbei so einer. Oben oder so? Unten. Oma. Oh, der ist schön, der stellt schön Gas. Ja, aber das bin ich nicht, das ist selten. Wir mussten so den Städter. Aber muss natürlich nicht helfen und dann aber der Atem, wenn ich mich nicht mehr. Was soll er jetzt macht? Ja, das... Wie ich hab gesagt. Ich kann auch hier oben außen. Ja, machst du? Ja, das war so auch gut. Wenn ich mich so vermineinander nicht. Ja, das stimmt ja, wenn das Gas da ist. Nö. Das schläft schon bei der Zeit lang. Drei Wiener Linger! Das gibt's da, der ist weiter fertig mit meinem Moven! Well, schon wieder nicht schafft. So, wieder eine Sekunde in der Fahrt, der zieht fix! Ja, noch so gut. Dann gehen wir mal mal. Was? Schlaft da jetzt? Du bist denn nur rechts? Ja. Ich komm zu dir, ich komm in den Hallen. Da. Warte mal, ich bin du da. Okay, tschüss. Oder sind wir da heute gleich? Die deckt uns noch gerne. Der ist immer noch die Taysen einstelle gerade auf. Ja, gerne, gerne. Wenn der kommt noch Taysen. Ah, der kommt. Ja, das wurscht. Na, der ist schon fertig. Ach, sag doch noch zwei Ziele. So. Warte mal, komm doch mal! Ja, bitte geh bitte weg! Ja, du glaubst. Geht mal, Lupe! Ja, komm, du bitte! Ja, ich komm bitte! Ja, Lupe! Ich komm doch nicht! Ich komm doch nicht! Nein, Lupe! Ich komm doch nicht! Nein, ich meine nicht! Der Krippchen! Ah, so! Wo, ah, 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 ah! Ah, das ist jetzt so ein Litterliger in der Pelle! Bis doch schon! Ja, auch bin ich schon! Ja, gut, dann gehe ich, ich denke, ich glaube, weil die Krippchen sind beide auch. Ja, kanns auch. Ja, das war mit dem Unterrennen langweilig, nämlich Euge. Unten, ich hab auch keine Anzeige. Ja, ich denk, dass da oben jetzt da oben hat... Hast du oben jetzt schon fertig? Oben, außen? Ja. Ja? Ja. Das konnte jetzt auch. Wieso? Das ist unten, außen. Könnte ich natürlich auch machen, gell? Aber ich wurde jetzt ein... Ach, das sind vier Ziele, gell? Ja. Da ist noch Giftmine. Ich mach die ganzen Mini kaputt. Da, wieder. Weil da war einige. Jetzt hast du wenigstens was zu getan. Ah, mich schießt schon, mich schießt gerade an der Zahn. Jetzt ist es gesand. No. Jetzt wurde er gleich da. Jetzt ist er wieder weg. Passt noch ein Alarm an. Der steht da, der steht da. Ja, passt. Und zacken, glaub ich. Er ist ja auch Gasmasken. Schau mal hin, schau mal hin. Ah, weg 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 weg. Ich füge mir jetzt noch einmal. So, dann hab ich jetzt noch ein bisschen. So, dann komm her. Ja, genau, weil ich wieder einen Käffkrenner davon aus will. Weil Käffkrenner ist ja auch viel. Ja, genau, weil ich wieder einen Käffkrenner davon aus will. Na, bremしゃ hier, ich bin wieder mal nach oben an. Ganz herarmnäglich die Typen. Das ist doch der Beste steht. Na, diesmal wollen sie sonst jetzt leicht machen. wir soßen sind unten, unten sind zwei, ja. unten sind nur außen und um innen. Unnen sind nur außen und um innen, glaube ich. was aus dem zweiten was man in diesem Fall das machen wir jeden Fall über Schildesung alles weg weg wenn sie nicht aussehen ja okay machen wir jetzt fertig ja schon wieder zusammengeschossen was doch nicht Ich hab's geschafft, aber hier hab ich... Ach, wir haben da nur eins? Ja, innen sind noch zwei. Innen in den Zirkel. Oben haben wir ja, glaube ich, zwei gemacht, oder wie? Oben, in der Zirkel, zwei unten, eins, folgt eins. Ja, warte, ich mach das. Wo bist du unten, dann geh ich auch unten. Wo bist du, links oder rechts? Äh... Also, es bleibt da stehen? Der Pernler bleibt da stehen! Wo ist er noch? Ähhhhhhhh... Nachdem mal kommt die Ecke Wert? In die Ecke steht... Da ist er gleich. Der bleibt da stehen, Mann! Mach mal irgendwann, dann wir irgendwas... Irgendwo, dass da Alarm geht! Sag mal, wenn es 1992 geht... Ich denke, es ist weg, ich weiß uns. Dann sehen wirunächst einmal. Naja, ich geh jetzt zu dir hin. Ich glaub, das war der andere. Oh, sorry. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts. Das lockt bloß bei mir. Nein, wenn ich schon beim Hacken bin. Nein, das ist normalerweise... ...wirst dann abgebrochen. Echt? Ja. So da! Das war's. Nachbereitung. Nachbereitung. Nein, wir haben jetzt 7 Zonen Kaltschammer dazu. 300 Euro.